Was habt Freunde des Internets? Herzlich Willkommen zu Whack Your Ex. Ihr kennt schon das Whack Your Boss. Es ist sehr ähnlich, nur dass wir dieses Mal unsere Ex-Freundin sehr zurichten, beziehungsweise auch andersrum, sie uns. Und da gibt es wieder einige lustige, naja, Tötungsmethoden. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Und los geht's. Wir fangen an. Noch sehen sie eigentlich sehr glücklich aus, würde ich mal behaupten. Und es ist wirklich günstiger als eine Therapie. Aber naja, gut. Wir machen dann mal ein Geschenk. Die gibt dem ab, Bro. Jetzt? Was war's? What the fuck? Hat die ihn gerade vollgekackt? Alter! Eklig! Okay, das war jetzt sehr simpel. Nehmen wir das Auto. Aha. Okay. Hinterher. What the fuck? Voll dead! Die Box. Okay, jetzt kommt's. Ein Bunker. Hallo! Ah, schön. Das andere Geschenk. Das andere Geschenk. Ah! Das andere Geschenk. Okay. Ist doch eher ein Geschenk für ihn. Und tschüss. Ei. Das wäre ein superer Hatschuh, wenn es sowas schon geben würde. Der Schuh! Oh! Voll einfach eng. Oh, voll schief. Also, okay. Ist mir egal. Die Kreditkarte online. Und das ist deiner. Oh! Böse, böse, böse. Oh, man. Kacker. Was ist kacker? Ich hab... Boah, das eine war mir jetzt ganz schön zu viel. What? Oh, mein Gott. Ein Kackamaschinengewehr. Oh, mein Gott. Krass. Der Partyhut. Party, Party. Tschüss. Ja, damit kriegt man wohl jeden. Nicht der Fernseher. Und jetzt in die Fresse. Oh, nein. Und der Sessel. Was hat der Sessel ihr nur getan? Der Flieger. Tut mir leid, falls es jetzt ab und zu geschnitten wird. Ich kann es nur nicht so erzählen. Ich bin der Kamera. Fatality. Fatality. Ich kann gar nicht erkennen, was das war. Was? Nochmal. Was war das? Das war die Faust ins Gesicht und darüber kommt dann gleich der Stöckelschuh. Nochmal bitte. Was? Sie gibt ihm hart. Und dreht sich jetzt unverlässig. Ich bin der Stöckelschuh. Oh. Ekelhaft. Stöckelschuh. Oh, noch ist er ja nett. Und dann kannst du schon was rollen. Und jetzt... Das ist schon übel. Gucken wir uns die Frau an. Sie hat uns mit einer Frau besprungen oder was? Okay. Ein Schalter. Wasser. Wasser. What the fuck? Ich war gleich mit dem ganzen Hai. Übel. So, das letzte was ich jetzt so sehen kann. Jetzt kommt... Oh Gott. Einfach mit dem Messer hat er es ihr gegeben. Ich meine, andersrum hat sie es ihm gegeben. Krass. Was heißt denn Stopp? Achso, Stopp ist im Sinne von, du willst es nicht weiter gucken. Ich verstehe. Nö, anscheinend ist es das gewesen. Das waren die verschiedenen Arten, seinen Ex-Girlfriend, Boyfriend zu whacken. Und mein Gott, da war schon wieder ziemlich viel Kack dabei. Und das meine ich wortwörtlich. Und falls ihr noch die anderen Wack-Your sehen wollt, es gibt noch Wack-Your-Thief und Wack-Your-Teacher. Und ich meine Wack-Your-Computer gibt es auch noch. Und falls euch das gefällt, ich kann noch ein paar davon aufnehmen. Es gibt noch ein paar und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau, ich weiß. Oh, stell euch das mal vor, ey! Scheiße, Alter. Vor allem mit dem Erfenzeug. Einfach jetzt! Mit der Lampe. Das ist saug. Bewegt sich noch.